Servus und grüß Dich zu diesem neuen Video. In diesem Video werden wir einmal ein Balkonkraftwerk entweder mit oder ohne Speicher einmal anmelden. Dazu gehen wir auf www.marktstammdatenregister.de Nach dem Beschluss des Bundestags und der Zustimmung des Bundesrats tritt das Solarpaket 1 in Kraft. Dieses verabschiedete Gesetz vereinfacht deutlich die Anmeldung Deines Balkonkraftwerks. Du musst Deine Anlage somit nur noch beim Marktstammdatenregister anmelden. Und das machen wir jetzt mal. Klicke jetzt auf Registrierung einer Anlage oder eines Marktarteurs. Danach auf Registrierung einer Solaranlage. Jetzt wird die Art der Solaranlage ausgewählt. Und zwar das sogenannte Balkonkraftwerk. Bist Du im Marktstammdatenregister noch nicht registriert, so wie ich, dann klicke auf Nein. Ist es Deine Anlage und Du nutzt diese ausschließlich privat, dann klicke auf Ja. Als nächstes musst Du angeben, ob Deine Anlage bereits in Betrieb ist oder noch in Planung. Hier rate ich Dir aber zuerst die Anlage nach gesetzlichen Bestimmungen in Betrieb zu nehmen und dann erst anzumelden. Hast Du nämlich einen alten Ferraris Zähler, dann kann dieser bis zum Tausch vom Netzbetreiber rückwärts laufen. Und Du verschenkst bis dahin keinen Strom. Und sei mal ehrlich, ist dieser Anblick nicht geil? Wählst Du in Planung und gibst zum Beispiel Deine Inbetriebnahme in drei bis vier Wochen an, dann kannst Du davon ausgehen, dass Dein Netzbetreiber schaut, dass kurz vorher oder vielleicht am gleichen Tag der Zähler ausgetauscht wird, damit ihm kein Geld verloren geht. Mit der überschüssigen Einspeisung ins Stromnetz reduzierst Du also für einen Zeitraum bis zu vier Monaten, wo der Netzbetreiber Zeit hat, den Zähler auszutauschen, Deine Stromrechnung. Ist der Zähler nachher ausgetauscht, dann solltest Du Dir mal über einen Balkonkraftwerksspeicher Gedanken machen, um keinen Strom mehr zu verschenken. Dazu habe ich Dir aber auch schon einige Videos erstellt. Alle Videos zu dem Thema werde ich Dir unten in der Videobeschreibung einmal verlinken. Zudem hätte ich auch hier für Dich einen Gutscheincode, damit Du bei der Anschaffung eines Speichers noch etwas sparen kannst. Also, wir klicken jetzt auf Inbetrieb und dann auf Registrierung starten. Hier wird jetzt das Benutzerkonto angelegt. Trage hier Deine persönlichen Daten ein. Ist alles eingetragen, dann scroll weiter runter und gib hier ein sicheres Passwort ein. Danach musst Du die dargestellten Zeichen in das Sicherheitsabfragefeld eingeben. Hast Du das gemacht, dann setzt Du das Häkchen für die rechtlichen und Datenschutzhinweise und dann klickst Du auf Benutzerkonto anlegen. Danach erhältst Du eine E-Mail mit einem Link. Klicke auf diesen Aktivierungslink und melde Dich beim Marktstammdatenregister mit Deinem Benutzernamen und Passwort an. Gib hier jetzt wieder Deine persönlichen Daten ein. Scrollen wir weiter runter, dann wird hier der Standort der Anlage abgefragt. Stimmt der Standort der Anlage mit Deiner angegebenen Wohnsitzangabe überein, dann wird Ja ausgewählt. Falls nicht, klicke Nein und gib Deine Adresse des Standorts ein. Danach geht es weiter mit den technischen Daten. Zuerst musst Du hier einen Namen für Dein Balkonkraftwerk eingeben. Nutze hier keine persönlichen Daten, weil dieser Name auf der Webseite des Marktstammdatenregisters veröffentlicht wird. Automatisch hat es hier jetzt schon Balkonkraftwerk eingetragen. Das belasse ich jetzt einfach so. Dann wählen wir das Datum aus, wann die Anlage in Betrieb genommen wurde. Also heute im darunterliegenden Feld gibst Du dann noch die Anzahl der Module ein. In meinem Fall sind das jetzt vier. Als nächstes muss die Gesamtleistung der Module in Wattpeak angegeben werden. Ein Modul bei mir hat 435 Wattpeak, also mal vier Module, das macht dann eine Gesamtleistung von 1740 Wattpeak. Automatisch wird der Wert dann in Kilowattpeak umgerechnet. Sollte die Gesamtleistung mehr als 2000 Wattpeak aufweisen, dann kommt die Fehlermeldung, dass Du die Anlage als reguläre Solaranlage und nicht als steckerfertiges Balkonkraftwerk anmelden kannst. Hast Du einen Wechselrichter mit 6 oder 800 Watt, dann tragst Du dies genau so ein. Solltest Du aber einen größeren Wechselrichter haben, zum Beispiel einen Heumals HMS 1600, dann muss dieser ja auf 800 Watt gedrosselt werden, um den gesetzlichen Bestimmungen nachzukommen. Das Ganze wird dann wieder automatisch in Kilowatt umgerechnet und hinterlegt. Jetzt benötigst Du noch Deine Zählernummer. Diese findest Du auf jeder Stromrechnung oder am Gerät selbst. Solltest Du wie ich einen alten Zähler haben, der zu einem neuen Zähler getauscht wird, dann trägst Du einfach nur die alte Zählernummer hier jetzt ein und die neue, die wird automatisch ergänzt im System. Das heißt, diese musst Du nicht nachliefern. Der Netzbetreiber regelt das für Dich. Wähle jetzt aus, ob Du einen Speicher verwendest oder nicht. Ich habe einen, also wähle ich Ja und gebe hier dann wieder einen Namen für den Speicher ein. Auch hier jetzt wieder bei der Namensvergabe keine persönlichen Daten eingeben, denn diese erscheinen ebenso wieder öffentlich auf der Marktstammdatenregisterseite. Danach kommen wir zur Leistung des Stromspeichers. Dieser kann über meinen angeschlossenen Wechselrichter nur 800 Watt ausgeben, was der Wechselrichter in diesem Fall festlegt. Umgerechnet wird das Ganze dann wieder automatisch in Kilowatt. Zuletzt musst Du noch die nutzbare Speicherkapazität eintragen. Diese ist bei mir 4,096 Kilowattstunden. Ist alles eingetragen, dann klicken wir unten rechts auf Registrieren. Und das war es eigentlich auch schon. Wenn Du hier drauf klickst, dann kommst Du zu Deiner Registrierungsbestätigung mit allen Daten, die Du angegeben hast. Diese kannst Du jetzt herunterladen oder abspeichern. Falls es in Deinem Bundesland, Stadt oder Gemeinde Balkonkraftwerkförderung geben sollte, dann benötigst Du hierzu genau dieses Formular. Und das war es jetzt eigentlich auch schon. Also kein Hexenwerk. Wenn Dir mein Video jetzt helfen konnte oder in irgendeiner Weise gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da, abonnier und teil meinen Kanal und sei auch das nächste Mal wieder dabei. Ich sag Tschüss, bis bald, Dein Tobias.